Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei genau 60 Cent, hat sich also nicht wirklich verändert. Die Preisrange geht hier von 59,8 Cent auf 60 Cent hoch. Allen voran haben wir Siliqua mit 40% ab, was da passiert ist, wer weiß das schon. Bitcoin ist auch wieder ein bisschen gestiegen, aber eher so die Altcoins, die positiv reagiert haben, wie zum Beispiel Cake hier 7% und AVAX auch beispielsweise 12%. Also alles ordentliche Anstiege und ich denke einfach, der ganze Markt ist overall wieder schön im grünen Bereich. Und dafür schauen wir auch einmal direkt rein, denn wir haben hier von Anders L einmal eine neue Map, die jetzt released wurde. Und zwar die sogenannte Global Network Map. Und auf der können wir sehen, welche Partner, wo auf welchem Kontinent quasi ansässig sind, beziehungsweise wo welche Partner bereits mit Ripple zusammenarbeiten. Das Ganze geht von einfachen Zusammenarbeiten, wie okay, sie sind Kunden und nutzen quasi das RippleNet, bis hin zu tiefen Verwurzelungen, wie zum Beispiel On-Demand-Iquidity-Korridoren oder vielleicht auch gewissen Payback-Systemen, bis hin zu anderen Verbindungen, einfach rund um das monetäre System dahinter. Und ich denke einfach, es macht Sinn für Ripple, sich in dem Bereich weiter auszubreiten. Wir sehen logischerweise, dass hier in Europa schon sehr, sehr viele Firmen da mit dabei sind. Dann haben wir hier nochmal OnAfric beispielsweise in Südafrika. In Südafrika und auch hier im asiatischen Raum gibt es da bereits einige. Genauso wie hier nochmal, wo dann auch zum Beispiel Amerika, also die Bank of America nochmal ein bisschen hervorgehoben wurde und so weiter und so fort. Also die Verbindungen sind da wirklich schon sehr, sehr weitreichend. Und man darf nicht vergessen, das sind jetzt so mit die größten Namen, mit denen Ripple arbeitet. Parallel dazu gibt es noch ganz, ganz viele andere kleine Banken, kleine Firmen, die auch mit in dem System sind, die aber stumpf gesagt Ripple nicht das Wasser reichen können in Sachen Größe. Von daher ist dann in dieser Geschäftsbeziehung Ripple eigentlich immer eher so der große Part, quasi der große Bruder. Und die anderen Firmen, die kleinen Banken, sind dann eher so die kleinen Brüder, die entsprechend dann den Service nutzen. Dann geht es weiter und zwar von Colin Brown, denn wir bekommen aktuell jeden Tag ein paar weitere Informationen zum Ripple Swell Event, dass das Ganze dieses Jahr in Miami stattfindet. Hatte ich schon gestern im Video einmal erwähnt. Und jetzt sehen wir nochmal die genaue Speakerlist, beziehungsweise welche Leute da genau vor Ort sein werden. Mit Sicherheit werden noch andere Leute dort präsent sein. Meistens gibt es da noch so Überraschungsauftritte. Ich glaube, das lässt Ripple sich auch nicht nehmen. Aber es wurde beispielsweise jetzt Coinbase bestätigt. Und ich glaube, Coinbase ist euch allen ein Begriff. Es wird mit die zweite oder drittgrößte Börse der Welt. Eigentlich war Coinbase damals auch nicht so wirklich Fan von Ripple, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt in den neuesten Entwicklungen, beziehungsweise im Licht der neuesten Ereignisse, rund um das Thema SEC und die ganze Klage, die Ripple da mitmachen musste, haben Coinbase und Ripple sich da tatsächlich ein bisschen annähern können und so ein bisschen zusammengearbeitet, um diese Klage quasi für beide bestmöglich zu gestalten. Und am Ende hat es ja auch teilweise geklappt. Ob das jetzt an der Zusammenarbeit zwischen Ripple und Coinbase liegt, das kann man nur spekulieren. Aber am Ende des Tages war Ripple als auch Coinbase hier siegreich vor Gericht. Und das ist, glaube ich, alles, was zählt. Von daher kein Wunder, dass sie entsprechend jetzt da ein bisschen enger sind. Sie haben jetzt auch die offizielle Seite davon veröffentlicht. Hier bei Ripple.com kann man das nochmal sehen. 15. bis 16. Oktober, Miami in Florida und, und, und. Die ganze Speakerliste sehen wir hier. Also wirklich sehr, sehr cool. Und eben beispielsweise hier auch der Philipp Martin von Coinbase. Brad Garlinghouse sagt übrigens dazu, dass er das jetzt nicht hochhypen möchte. Und er sagt, er ist da vielleicht ein bisschen voreingenommen. Aber das Ripple Sweat Event 2024, das wird das beste Ripple Sweat Event, das es jemals gab. Und der ein oder andere Zuschauer kann sich vielleicht an die letzten Jahre erinnern. Das waren immer große Ankündigungen, die da getätigt wurden. Von daher bin ich gespannt und bin natürlich auch ein bisschen gehypt darauf, was da angekündigt wird. Und ich denke, es ist ganz, ganz klar und ganz offensichtlich, dass der RLUS-Dollar dort tatsächlich auch Platz finden wird, beziehungsweise das Announcement da genau kommt. Und apropos RLUS-Dollar. Wir haben hier einmal von VET den aktuellen Stand des RLUS-Dollar. Denn gestern hatten wir im Video drin, dass schon 185 Token auf dem XAP Ledger gemintet wurden. Und in dem Fall geht es jetzt unaufhörig weiter. Es geht quasi Schlag auf Schlag. Und in dem Fall wurden jetzt 200 weitere Dollar auf dem Ethereum-Netzwerk gemintet. Das sehen wir dann hier einmal. Also die Transfers beginnen da bereits. Und das Ganze ist auch eigentlich von Ripple offiziell bestätigt worden. Dass es sich wirklich um den RLUS-Dollar von Ripple handelt. Denn theoretisch könnte natürlich jeder so einen Coin aufsetzen und den nennen, wie er möchte. Die könnten den auch Brad Garlinghouse-Dollar nennen, wenn sie wollen. Aber in dem Fall ist das, wie gesagt, jetzt offiziell, dass es hier losgeht. Wir haben natürlich den Tracker, der diese Transaktion für uns nochmal auffängt. Und hier kann man dann nochmal genauer nachvollziehen, von welcher Adresse an welcher Adresse was ging. In dem Fall gibt es bis jetzt einen Halter von diesen 200 Dollar. Natürlich ist das erstmal nur ein Test. Ist jetzt nicht der finale Durchlauf, sondern alles erstmal nur ein Closed-Beta-Testing. Aber ihr wisst, auf die Beta folgt das Go-Live. Und ich denke, das ist nicht mehr als ein paar Wochen entfernt. Kurz zwischendurch darf ich heute nochmal auf ein sehr interessantes Event hinweisen. Und zwar hier von Bitflex einmal, der aktuelle Deposit-Bonus. Aktuell verdoppeln sie jede Einzahlung in der Form also 100% Deposit-Bonus. Und zwar bis zu 2000 Dollar auf die erste Einzahlung. Wichtig zu erwähnen noch ist, dass man diesen Bonus dann immer nach und nach ausgeschüttet bekommt. Immer wenn man die Trading-Volumen-Meilensteine erreicht. Also in dem Fall für alle 40.000 USDT, die man in Futures tradet, bekommt man dann 10 Dollar von diesem Deposit-Bonus. Also sollte man im besten Fall möglichst viel dann auch traden können, um entsprechend dann möglichst viel von diesem Bonus auch freizuschalten. Das Ganze geht vom 8. Juli bis zum 30. September und ist glaube ich so noch nie da gewesen. Das Ganze eben in Kooperation mit mir als Kanal. Und das Ganze geht aber erst nach dem 8. Juli. Ist aber natürlich jetzt, deswegen könnt ihr jetzt frisch mit dabei sein. Die Schritte dazu sind ganz einfach. Auf der einen Seite einfach über meinen Link unten in der Beschreibung registrieren. Dann seid ihr hier eingeloggt. Dann macht ihr eine Einzahlung in der Form, egal was ihr einzahlt. Also USDT oder Bitcoin oder sowas. Und bekommt dann darauf wie gesagt 100% als Trading-Bonus. Das heißt also dann das als Trading-Funds nochmal gutgeschrieben. Wie gesagt, das Maximum ist in dem Fall 2.000 Dollar. Hier unten kann man das dann nochmal nachvollziehen, wie viel man davon bekommen hat. Und bei weiteren Fragen ist natürlich das FAQ hier nochmal in der Beschreibung. Von daher geht jetzt unten in die Beschreibung und sichert euch mit dem Code ANARCHIST diesen Trading-Bonus bzw. Deposit-Bonus und unterstützt sogar zusätzlich noch diesen Kanal hier komplett kostenlos. Vielen Dank und jetzt geht es weiter mit dem Video. Kleiner Fun-Fact. Übrigens hat das Minden von diesen 200 Dollar ungefähr 50 Cent gekostet. In Transaktionsgebühren auf dem Ethereum-Netzwerk. Auf dem XRP-Ledger war das Ganze logischerweise deutlich günstiger. Also nur mal so um die Relationen klar zu machen. Aber man muss sagen, Ethereum ist das größte Netzwerk. Und deswegen darf man Ethereum auch nicht ignorieren. Jetzt kommen wieder einige Schlechtreder und sagen, haha, seht ihr, auf dem Ethereum-Netzwerk wurden mehr gemintet als auf dem XRP-Ledger. Nämlich einmal 200 und auf dem XRP-Ledger nur 185. Und da frage ich mich wirklich, was solche Leute damit bezwecken wollen. Also offensichtlich ist es eine Test-Transaktion, die Ripple hier durchführt. Sie wollen wahrscheinlich einfach mit ein paar Accounts ein bisschen rumspielen, mal ein paar Tests machen. Und ja, was hat das jetzt für eine Relevanz, dass man sagt, auf Ethereum gäbe es jetzt 200 RL US-Dollar und auf dem XRP-Ledger nur 185. Also denkt man da jetzt wirklich, dass Ripple sich jetzt zu schade war, um die weiteren 15 Dollar quasi auf dem XRP-Ledger auszugeben? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Also manchmal verstehe ich diese Kritik dahinter auch gar nicht. Offensichtlich sind das einfach nur irgendwelche Testzahlen. Und die hätten auch 100.000 oder 100 Milliarden Token minden können. Das wäre auch kein Unterschied gewesen. Aber ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, denn das Ganze könnte gerade zum richten Zeitpunkt kommen. Denn wir haben hier von Marty Party einmal die Ankündigung, dass der USDD, also der Justin Sun Stablecoin auf dem Tron-Netzwerk, aktuell nicht mehr ganz gedeckt sein soll. In dem Fall fiel hier die Bitcoin-Deckung weg. Das Ganze wurde vom Tron-DAO berichtet, beziehungsweise wurde über das Tron-DAO abgewickelt. Und dort hat teilweise Justin Sun auch einfach Dollar entnommen, ohne dass das Ganze über eine Umfrage, beziehungsweise ein Proposal durch das Tron-DAO abgesegnet wurde. Soll heißen, Justin Sun hatte eigentlich permanent Zugriff auf diese ganzen Funds, ohne dass er irgendjemand anderes um Erlaubnis fragen muss und kann theoretisch jederzeit diese Token auch abheben. Hier ist also ganz klar die Frage, was könnte Justin Sun als nächstes vorhaben? Also möchte er einfach den USDD quasi rocken oder was passiert da? Wie gesagt, das Ganze ist eben mit Bitcoin gedeckt. Da hat man sich eine große Reserve aufgebaut an Bitcoin, die das Ganze eben decken soll. Aber jetzt natürlich, wenn Bitcoin da rausgenommen wird, ist es logischerweise nicht mehr viel wert, beziehungsweise in dem Fall wurden über 750 Millionen Dollar entfernt. Und ja, ich glaube, das Ganze ist damit auch ein bisschen ungedeckt, muss man ganz klar sagen. Heißt logischerweise nicht, dass man nicht irgendwann wieder Geld da reinpacken kann. Aber aktuell ist der Stablecoin eben in Gefahr, meiner Meinung nach. Und das könnte jetzt genau ein richtiger Zeitpunkt sein für Ripple, wo man im Endeffekt nur darauf warten muss, dass jetzt ein, zwei Stablecoins einbrechen und nicht mehr präsent sind. Und dann kann Ripple sich ziemlich schnell diesen Teil des Marktes als Kuchen quasi sichern. Ist jetzt nur eine Spekulation, muss jetzt nicht viel damit zu tun haben, aber ich denke schon, dass der RLUS-Dollar gerade zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt erscheinen wird. Dann geht es weiter und zwar von Uphold. Ihr wisst, eine große Börse, auch ein Ripple-Partner, die in der Vergangenheit sehr, sehr häufig sehr positiv über XRP gesprochen haben. Was ich erstmal sehr gut finde. Und in dem Fall haben sie hier eine neue Partnerschaft und zwar mit dem User D-Local. D-Local wird in Zukunft verschiedene Software von Uphold verwenden und in dem Fall dann also verschiedene neue Korridore eröffnen. In dem Bereich nach Brasilien, Mexiko und auch spezifisch nach Chile und auch nach Kolumbien. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich denke, Ripple wird da auch mit involviert sein. Eigentlich bei allem, was Uphold macht, ist Ripple involviert, basically. Von daher hier eine kleine gute Verbindung, aber die D-Local auf jeden Fall stark vertreten. Dann mal kurz abseits von Ripple haben wir hier nochmal Breaking News und zwar rund um Sony. Müsste dem einen oder anderen ein Begriff sein. Kennt ihr auch mit Sicherheit die Playstation beispielsweise. Und in dem Fall haben sie jetzt hier angekündigt, dass sie eine eigene Ethereum Layer 2 aufbauen wollen. Und zwar das Sonium, also S-O-N-E und dann I-U-M. So wollen sie es nennen. Das Ganze ist erstmal so ein bisschen so ein Gerücht. Also ich habe noch kein offizielles, offizielles Pressestatement gesehen. Aber es gibt wohl einige Hinweise, dass das Ganze innerhalb der nächsten zwei Jahre erscheinen soll. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht sogar in Kombination mit einer möglichen nächsten Playstation-Generation. Also man hat ja aktuell die PS5. Und wahrscheinlich wird zum Wintergeschäft nächsten Jahres dann die Playstation 5 Pro erscheinen. So könnte ich mir es vorstellen. Passt mir vielleicht sogar mit GTA. Und entsprechend dann in zwei oder drei Jahren vielleicht sogar schon die PS6. Und in dem Fall könnte das Ganze dann wahrscheinlich auch schon mit dieser Blockchain zusammenhängen. Man darf nicht vergessen, Sony und auch alle Firmen denken natürlich immer weiter als nur ein Jahr. Also ich glaube, die haben schon eine Timeline für 5, 6, 7 Jahre, was da in Zukunft erscheinen soll. Was wo veröffentlicht werden soll. Und in dem Fall könnte die PS6, beziehungsweise der nächste Store vielleicht von denen oder sowas, komplett eben auf so einer Blockchain und vielleicht einem möglichen Sony Stablecoin oder sowas basieren. auf eben deren eigenen Layer 2. Dann geht es weiter und zwar von R.I.Z. Denn er hat nochmal ein bisschen nachgeforscht. Und zwar zum Thema Bank of America. Denn Bank of America, wie am Anfang des Videos schon erwähnt, ist ein Ripple-Partner aus dem US-amerikanischen Raum. Und Ripple hat damals Bank of America als Partner von deren Webseite entfernt. Da war so ein bisschen die Spekulation, warum das Ganze. Hatte ich damals auch in dem Video ein bisschen rum spekuliert, ein paar Theorien aufgestellt. Also falls ihr da nochmal genaueres wissen wollt, dann schaut da gerne nochmal rein. Und jetzt sind sie aber wieder zurück auf der Seite. Man hat das Sogo wieder eingefügt. Ist natürlich schön, wenn es da wieder eine Art Zusammenarbeit oder Versöhnung vielleicht sogar gab. Irgendwie in der Form. Ist auf jeden Fall cool. Kann man jetzt auf deren offiziellen Webseite wieder nachlesen, beziehungsweise nachsehen. Also auf jeden Fall cool. Aber ja, ich bin mal gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Bezüglich Bank of America und Ripple als Zusammenarbeit. Dann geht es weiter und zwar von David Schwartz. Denn er hat hier ein paar sehr erstaunliche Experimente gestartet. Denn er wollte einfach mal schauen, wie viele USB-Adapter man aneinander schließen kann. Und dann am Ende sein USB-Stick quasi reinsteckt, um zu schauen, ob das Ganze nach wie vor durchgeht. Und ihr könnt ja mal raten, ob diese Konstruktion hier funktioniert oder nicht. Nicht. Ich denke mal, der eine oder andere wird schon gewusst haben. Also wie viele sind es hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das ist glaube ich auch noch einer. Also neun Adapter und dann den USB-Stick rein. Denkt ihr, das funktioniert? Nein, natürlich nicht. Das geht definitiv nicht. Und jetzt könnte man sagen, das ist einfach nur ein bisschen Schabernack, den er hier treibt. Einfach nur ein bisschen Spaß quasi. Und ich kann auch verstehen, wenn man das denkt. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass das Ganze eben eine Metapher ist für das aktuelle System mit sehr viel Friction. Also quasi mit sehr viel Reibung. Denn auf dem Weg vom eigentlichen Sender zum Empfänger geht ziemlich viel verloren. Wir haben wie gesagt neun Zwischenstationen, bei denen jeweils immer symbolisch ein bisschen Leistung verloren geht. Und in dem Fall könnte man das Ganze wirklich auch aufs Finanzsystem beziehen und sagen, Hey, je mehr Stationen man im Endeffekt hat, die von A nach B und so weiter laufen, desto schwieriger wird es einfach, geldeffizient zu schicken. Und mit XRP hat man eben die direkte Schnittstelle zwischen USB-Stick und dem Serial Bus quasi hier. Und wenn man über das aktuelle normale Finanzsystem geht, hat man eben sehr viel von dieser Reibung. Das ist so meine Interpretation. Kann aber auch natürlich sein, dass er einfach nur ein bisschen Spaß haben will und einfach mal schaut, wie viel hier funktioniert und wie viel nicht. Dann haben wir noch ein paar kleinere News. Und zwar einmal von Capo und zwar CZ, denn CZ ist wieder aus dem Knast raus. Free CZ, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Er ist wieder aus dem Gefängnis raus. Habe ich damals auch zu Genüge darüber gesprochen. Er hat dann ein paar Monate bekommen, ist jetzt entsprechend wieder frei. Ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Und bei Bitcoin bildet sich aktuell eine sehr interessante Formation. Denn die Linie, also quasi der Punkt, an dem die meisten Trader liquidiert werden, ist tatsächlich bei 72.000 Dollar. Und 72.000 ist gar nicht mehr so weit entfernt. Wie gesagt, wir sind aktuell bei knapp 61.000 oder fast schon 62.000. Das heißt, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieser Magnet, wie er es hier benennt, dann auch anschlägt. Und entsprechend die 70.000 erreicht werden oder die 72.000, um verschiedene Leute zu liquidieren. Meistens ist das eben so, dass da halt verhältnismäßig viele Leute dann aus dem Markt rausgespült werden. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Und zwar hier von CryptoTail. Oben den Dip kaufen, ist schon der erste Fehler. Dann den Dip kaufen nach dem Dip kaufen. Dann geht es weiter tiefer. Dann haben wir danach den Dip kaufen, nachdem der Dip gedippt ist. Am Ende kommt natürlich nochmal weiter kaufen, weil der Bullrun ist ja fast um die Ecke. Also der Bullrun ist ja fast schon da. Von daher lohnt es sich einfach immer weiter zu kaufen in der Form. Immer den weiteren Dip noch zu holen. Du hast schon quasi kein Geld mehr, aber der Dip geht noch weiter. Und man muss ja eigentlich noch einsteigen, oder? Aber unabhängig davon, ob ihr den Dip kauft oder nicht. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder. Zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin Leute, ciao. Ciao.